Oh, ich habe die NPCs vergessen. Shit. Oh, das ist ja ärgerlich. Das wollte ich nicht. Ich muss dieses Rolls-Plan gleich. Na gut, machen wir die erste Runde ohne NPCs, was mich irgendwie dezent ärgert. Das triggert mich irgendwie. Ich habe hier nur Bananen bekommen. Was ist das für ein langweiliger Quatsch hier? Das war eine Bombe. Von mir. Gern geschehen. Bitteschön. Ich weiß, wie ich bin. Ich wollte dich nur auf deinen Platz zurückfängen. Ich dachte, du brauchst Hilfe. Wie ist das für ein langweiliger Quatsch? Leise. So. Du bist ja ein letzter, jawoll. Aber dann bist ja gar nicht Platz 5 gewesen. Ich will auch einen Döner. Alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre auch nicht richtig, ne? Wollen Burger. Burger wäre nice. Burger habe ich heute gegessen. Gibt's da einen Subway? Asoziale Insel, ey. Könnt ihr die mit klarkommen? Ey, was soll das? Wo habt ihr jetzt schon eine Ratsche her, ey? Ey, wer hat das noch nicht mal begonnen, ey? Ach so. Platz 5. Jawoll. Bäh. Puh. Das war knapp. Ne. Ne. Ich habe ganz am Anfang eine Ratsche bekommen und seitdem wusste ich nicht mehr, was los ist. Seitdem spiele ich eigentlich für mich. Hier Ron für dich. Hihihi. Wieder eine Bombe getroffen auf Ron. Ja. Das kann ich für dich tun. Lass mal kurz durch Harrybo, ich muss Harry abschießen. Aus der Luft geschossen. Hihihi. Bitteschön. Ja, weil Harrybo mich vorbeigelassen hat. Ich habe gefragt, ob ich vorbeikann und er ist langsam gefahren. Ja. War nett von ihm. Ja, er war mit Lamaschen unterwegs, was auch immer. Ich bin an dir vorbeigekommen. Wer ist eigentlich hinter mir? Oh. Der mit. Oh. 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 Scheiß. Atem. Autsch. Oh, dieses blöde Wasser, ey. Da dringt mich ja von diesen... Als ob noch eine Ratchet kommt. Weg da. Jawoll! Jawoll! Nichts. Bauch gradig, 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 bauch. Das bedeutet, du wirst halt am Ende jedes Mal bewertet. Du kannst anhand deines Rennens, kriegst du 1 bis 6 Sterne, also 0 bis 6 Sterne. Und je nachdem wie gut du warst, wirst du halt bewertet. Und wenn du halt einen Stern hast, warst du halt nicht so gut bei 6 Sternen. Also bei mir stand zum Beispiel 5 und 6. Du kannst das Rennen als Favoriten speichern und Videos bearbeiten, so ein bisschen. Echt? Das ist eine gute Idee. Vielleicht bewerbe ich mich da einfach. Ich muss mich ja nur für die verkaufen. Ich meine, ich bin zwar nicht der Held oder so, aber ich kann mich bestimmt verkaufen, wenn ich das schaffe. Ja, dann bin ich auch geschaffen für den Job. Nein, ich hatte mal überlegt, ob ich sogar nebenberuflich dann in dem Bereich einfach was machte. Aber, ey, ich bin da einfach, ich hab glaube ich im Bewerbungsgespräch einfach alles verkackt. So halt, weil es irgendwie nicht abzockmäßig genug bin. So, weiß nicht. Es geht halt darum, den Leuten echten Scheiß anzudrehen, was sie vielleicht nicht brauchen. Ja, man muss halt echt den Leuten Scheiß erzählen. Ja genau, und das ist es halt. Das kann ich halt nicht. Ne, das könnte ich nicht mit meinem Gewissen anbringen. Ne, ich müsste überzeugt sein vom Produkt. Ja, bei dir schon. Ich meine, ich müsste halt, ähm, ich weiß nicht. Ich möchte ja dann, wenn dann soll ich, möchte ich über das, von das Pro, also, ich will von dem Produkt überzeugt sein. Dann kann ich das auch machen, aber ansonsten. Ich bin mal weg da. Ja, ich passe auf Vio auf. Außerdem kommt ne Blue Shell. Und ich bin Platz 2. Ich hab sogar ein perfektes Setup. Ein Pilz für noch ne Blue Shell. Ja. No, Blitzeig. Egal, eigentlich nicht schlimm. Passt. Einfach Pikachu schieben. Eiskalt. Nachvollziehbar. Bei Donnershock denke ich auch an Pikachu. Mmmh. 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 Soll ich hinter dir? Mmmh. Diesmal war ich das nicht. Mmmh. 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 Das wollte ich eigentlich. Also schon wollte ich, aber dann habe ich die Blue-Share gesehen und dachte mir, scheiße, jetzt muss ich durchziehen. Eigentlich hätte ich Vio die kassieren lassen können. Nein, Banane, wer die dir da hingelegt? Keine Ahnung, egal, weiterfragen. Bleib. Bleib. Ja. Ha. So, nice. Wobei, am Lustigsten ist ja dein Nihihi. Schande. 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 So, jetzt aber mit NPCs, ne? War ja furchtbar, ey. Ich brauche mal Konkurrenz hier. Hehehehehe. Hehehehehe. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Richtig asozial. Direkt erstmal anfollow. Joa, wieso steht jetzt ein Pfarrer? Ein Pfarrerwahl? Ja. Aber welchen denn? Ja, wir müssen gerade gucken, welcher es alles gibt. Und wie soll es irgendwie anders machen? Hehehe. Oh Mann, okay. Da ist immer das Ausrufzeichen, das Träger nicht mit dem. Wen denn? In Silber. Hm? Wundervoll. Achso, ich glaube, das ist Gold Mario. Ja. Ich soll Gold Mario nehmen? Ja. Okay. Ja. Irgendwohin muss ich ja mit meinen Punkten, ne? Hehehe. Keine für mich selber wo. Hey, Lene. Ist einer ein wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hast du Lust mitzuspielen? Genau. Hau mal deine Punkte mal weg, Viu. Spiel ich jetzt mit... mit Gold Mario. Dir geht's gut? Nice. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne in den Voice kommen. Dann kannst du nicht nur mit uns reden, sondern auch die anderen hören. Sind die immer gemein zu mir. Boah, ich muss mal langsam diesen End-Tower-Server auch mal hier... Muten. Ne, muten, weil ich krieg ja die ganzen lustigen News mit. Aber irgendwie... nervt mich das doch schon ein bisschen. Hast du denn die... die Marikard-Rolle, Lene? Ich glaub schon. Du müsstest die haben. Ja, ich mein auch, dass Lene mit uns gespielt hat. Deswegen sollte er, glaub ich, ganz easy hier reinkommen. Ah, schön, dass es dir gut geht. No fun. Wir sind ja mittendrin. Du kannst einfach dazukommen und wir machen danach einfach noch eine Runde. Toll Hyrule-Piste, ne? Und ich hab noch nicht mal Link, ey. Ich weiß gar nicht wie... Oh, ich... Ich muss erstmal gucken, wie der, glaub ich, der Stein lässt. Aber ich glaube, dass... ja... dann dürfte ein bisschen... schwerer, aber... den Gold Mario kannst du noch ganz gut fahren, das ist easy. nein zu früh den pilz aktiviert aber egal erst mal danke für den wünschen ja und nachricht lese ich gleich lehnes aber fahren und ne don't text and drive aber die blusche kam recht früh ist noch eine runde ich bin ich nicht Na ja, ich wollte Harry übertragen. Na ja. Leute, noch eine Blue Shell. Wie viele Blue Shells habt ihr denn noch? Oh, dann kia. Ah, verdammt. Verdammt. Immer wenn ich wiederkomme, habe ich einen anderen Account bei Discord und ich weiß nicht, warum. Das nervt mich echt langsam. Äh, echt? Woran liegst du denn? Das ist komisch. Du bist auf jeden Fall bei uns auf dem Server drauf. Zumindest bist du dann auf dem Server. Irgendwas machst du falsch. Kannst du ihm kurz die Rolle geben, dann schmeiße ich den anderen einfach runter. So, schmeiße ich den anderen einfach rauen. Doppel-Account. Wo? Einmal raus und wieder rein. In den Voice. Nee, der müsste jetzt... Wieder zu... Nee, also jetzt kannst du jetzt auf jeden Fall zu unseren Voice. Hey, Linus. Hallo. Ist jetzt nur noch du in Mario Kart. Hallo. Echt? Leute. Hallo. Womit denn? Hallo. Hallo. Leute. Leute. Bam. Mal gucken, ob ich irgendwie einen Treffer. Also, ich treffe irgendwie. Werden diese ganzen Red Shards? I don't care. Ich wehre alles ab. Ich bin unvermeidbar. Izzami. Gold Mario. Ist genau das richtige Spiel. Ich bin überall unvermeidbar. Überall. Because I'm Burton. Piu. Jawoll. Von vorne? Das war meine. Voll weg gesliped. Hahaha Ärgerlich Nee, hier wird nichts gegönnt. Hier muss es sich erarbeitet werden. Das ist Mario Kart. Das ist hier kein Kinderspiel hier Na gut Achso, ich dachte das werden schon Tränen Ey, Mario sich freut wie so ein komischer, ich weiß nicht Hilfe gibbet auch nicht. Jeder für sich hier Ich freu mich auch gerade hier Da ist Linus, nice Silverfire Ja, nice Hahahaha 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 I find gut Nein, das glaube ich ja. Hm. Hast du gar kein Item View? Ich nehme mich schon. Nja. Wo ist die Bananen verschwunden? Nein, nur so. Oh, ärgerlich. Ich war so kurz vor dem Windschatten, ey. Ja, mach mal Haribo. Ja, du kannst das nicht. Kannst du das nicht, Haribo. No, Kettenhund. Äh, Gewalt. Wer packt den denn? Äh, immerhin. Doppelt gemoppelt hält. Besser. Weg! Toadet. Ist doch ganz harmlos. Einfach fahren. No! Oh, wie gemein! Nein! Boah, wie weit ich jetzt hinten bin, ey. Ohne Blu-Share. Ohne Blu-Share. Nein, nur noch. Trebe ich noch wen? Du hast mich vom ersten Gold. Warum kann ich so anzukommen? Wie, ich hab dich vom ersten Gold. Ich war Platz 5 oder so. Ja, aber als ich auf dem ersten war, hast du mich abgeworfen. Und seitdem kann ich nicht mehr vor. Ach so. Wusste ich nicht. Ach so, ja ganz am Anfang. Ich erinnere mich. Stimmt. Ja, das war so lange her. Ja, irgendwer hat mich mit einem blauen und, was? Irgendwer hat mich mit blauen und Rieden abgeworfen. Roten, ach so. Also blau ist immer, ne. Der geht immer auf den, auf den ersten, ne. Von daher, da war es einfach nur im Weg, Pikachu. Selbst schuld. Frag nicht, ob sie Babypark wollen. Das wollen sie. Das ist da keine Drohung. Das ist echt keine Drohung. Schau mal. ØRGHH. Unangefallen. Keiner wollte ein Doppel-Item haben, dann nenne ich es. Wen schieße ich aus der Luft raus? Yeah, RON. ja bei bei ich habe spaß nah am blitz ich könnte sagen wir es nicht ist ja nur daneben glück gehabt welche npc euro voll ist gerade das teil fahne lehnes ach so der ist nicht nein wie gut dass ich alles abwehren kann ich kann dir sagen wir das nicht wahr ich das war du von mir und ich habe kurz vor eine hupe bekommen kurz zu spät egal naja wenig nicht mehr platz fünf nein das ist eine hupe der hupe ist doof von der wäsche nein ich fall auch noch runter ne war eigentlich jetzt ganz in ordnung scheißspiel hey moment dreaming habt ihr noch einen platz freiner sicher doch komm rein du kannst gerne dazu kommen wir sind auch im voice komm gerne rein mobile dreaming hat nur die zuhörer möchtest bestimmt mitspielen ne dann können wir dir sogar die mario kart rolle geben kannst du gerne mitreden ist mobile dreaming schon drin hier im voice wenn ja besser glaube ich noch nicht rein wir bearbeiten kurz die rolle einfach boah krass das ging schnell ok jetzt kannst du sogar in den voice reinkommen und dann hörst du uns so perfekt dann komm ruhig rein join ruhig der lobby oh ich höre mich ich höre mich echo 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 weiß ich nicht durch irgendeinen grund ach so hallo hallo und auf gehts nächste runde ja ich höre mich doppelt 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 bei haribo ja und dann kann ich auch video richtig hören Achso Hä ist doch ganz easy Mummel Dreaming? Kannst du uns hören? Also hier auf Discord Weil ich glaube ich höre Mummel Dreaming nicht Ich weiß ja jetzt gar nicht erstmal ob sie uns verdammt Ob sie uns hört Ha gotcha Haribo Das ist ok 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 Krass, bin sehr stolz auf dich, muss nur noch Platz 1 werden Oder Platz 11 Kleiner Tipp von mir, werdet auf Platz 11 und dann habt ihr zwei Einzelnen Nooo, Arrivoo, Navio Adi Adi Hallo, warum gehen denn die Leute raus und wieder rein und wieder rein und wieder raus? So, kann jemand Murmeldreaming kurz schreiben, ob sie uns hören kann? Ich habe jetzt kurz Murmeldreaming Ich habe kurz, glaube ich, einen Stummschalt gedrückt. Also einmal kurz Murmeldreaming fragen, ob sie uns hören kann Äh, Nachricht Ist Murmeldreaming sogar hier drin? 9, 2, 3, 4, 6, 8 Hören kann ich euch Was? Hören kann ich euch? Ok, weil wir hören uns immer bei dir doppelt Hast du Kopfhörer oder ähnliches oder hast du uns über Boxen laufen? Ja, soll ich euch sagen, warum? Ja, daran lag es nicht Leute Ja, das liegt daran, weil wir uns über Murmeldreaming rüber gehört haben Das heißt Murmeldreaming Wir haben Murmeldreaming nicht gehört, aber wir uns dort rüber Und jetzt habe ich Murmeldreaming stumm geschaltet, damit wir uns nicht mehr doppelt hören Clever, ne? Ja, wir haben ja von Murmeldreaming Also ich habe jetzt von Murmeldreaming nichts gehört Deswegen hatte ich jetzt in dem Fall vielleicht nochmal Vielleicht ist da ein Ausgabeproblem Bezüglich, dass jetzt nicht ihr Mikrofon ausgegeben wird, sondern das, was am PC ausgegeben wird Und naja, das ist dann ja halt das, was sie hören sollte Ähm Es gibt wahrscheinlich, äh, es gibt wahrscheinlich Probleme mit der Mikrofoneinstellung Hm Wann wurde auch stumm? Ich schneide die Kopfhörer Ähm Ich würde glaube ich, also ich gucke gleich mal, ob das vielleicht besser ist Ähm Aber dann mache ich zwischen den Rennen Aber ich weiß, ich glaube Ähm, ähm Hatte das denn bei dir vorhin geklappt? Warst du auch schon, warst du schon im Voice meine ich? Ich meine, du warst vorhin im Voice Konntest du da reden, Murmeldreaming? Ähm, sie fährt ja nicht mit Doch, die sind von mir Doch, die sind Doch, die sind Ich war doch vorher schon Sieben Alle muss ich ja mal gucken okay okay ja gut dann kann momentan schlecht schreiben das stimmt oder blushe schlecht oder gefallen nein ich habe kein item bekommen um diese blöde münze ja gar nicht so ja man kann nicht hören wie was das war aber gerade jemand anderes der gesprochen hatte so moment dann mache ich mal so nehmen beim moment remake höre ich immer noch doppelt so ich mache noch mal kurz stumm bei tapper hat mein headset funktioniert kannst du einfach noch mal headset raus und wieder reinstecken entweder headset noch mal raus und wieder rein oder was auch mir vielleicht vorher auch ich weiß nicht vielleicht vorher aus dem voice und noch mal wechseln also auf jeden fall noch mal gucken ob da vielleicht irgendwie habe ich gemacht bin wieder stumm geschaltet ja das stumm schalten habe ich moment manuell gemacht moment so ja jetzt ist besser sehr gut okay perfekt so damit offiziell hallo so dann wollen wir mal alles gut soweit sehr schön immer ja auch und da kann ich nie mitreden worden sorry ach so moment dreaming ist ja neu hier hier gibt es eine regel die ist ich muss platz eins sein nein alles was im mario kart passiert bleibt im mario kart die ganze haste hier aufgebaut wird das sage ich deswegen vorher einfach mal vorsichtshalber weil ich sehr schnell gehasst werde ich bin noch professor weitling hat sich einer nach mir bin ich bin der link die hier wird nicht keine zeit denkt dran handy am steuern das ist teuer also ich finde geld sein schlimmer also ich habe nicht so viele punkte im leben gesammelt ich sage mir gerne punkte ich bin gamer doch spiele ich auf 100 prozent macht er sogar auf 100 promille hier wird nicht gebissen herr warum war ich nicht erster herr war er haribo ist auf platz 1 krass ist mir gar nicht aufgefallen noch mal autobahn leute ich bin doch gar nicht der feind cheap cheap wer ist hier meine konkurrenz wo bin ich denn 79 krass ich bin nur platz 2 das schon das letzte rennen also alle auf haribo ne weil er ist halt gerade platz 1 hier wollte alle gewinnen oder nicht haben wir wollen nicht haben dass du gewinnst mati also alle auf das ist ein geheimnis dann muss ich meine hupe dafür verschwenden ich hoffe du bist zufrieden dann kriegst du gleich die bloß schnell ab mann nur ich war wieder platz 1 und lucia und verwundbarkeit ist durch das war ein pilz ich dachte eine redschel schade wo die ignoriert mich fühle ich mich ignoriert von der redschel egal na wieso kann ich die krabbe ich kann der krabbe nicht ausweichen ich war nicht fähig genug na die blusen green chat bio 9 nein wir wirften vorher bei den dingens das ist das leben ist spielt die ganze zeit mit er hat so fari wo er irgendeinen rennen hat mir das alles versaut scheißspiel naja kein bock mehr was hier aussehe tschüss nein so mal 150 machen wir mal eine abschlussrunde 150 mit vier rennen 150 150 hallo ich gewinne halt immer ist mir egal ich brauche keine klicks ich brauche ich brauche ich brauche sieger für mein ego denn ich bin unvermeidbar wer ist schlimm in mario kart hast du dich grad schon ich musste gerne mal überlegen aber ich glaube ne ne war jemand anderes in monster hand habe ich auch jemanden gehasst nein nicht gast aber der lanze gespielt lanze gespielt ja wie nervig das ist du probierst auf dem monster rein und dann kommt so einer von der seite an geraden lanze boop und der fegt dich erstmal quer über die ganze ebene da das ist ja jetzt hier kommt man tempo rein hier hätte 200 machen sollen pikachu und moment dreaming hatten ja glaube ich letzte woche samstag schon 200 ccm eigentlich sind sie schon gewohnt hier ja schon mal eine eingespielt und jetzt werde die freude über die 200 ccm oder für heute noch mal für ja das ist jetzt dreimal so schnell das heißt einfach muss also du musst jetzt einfach nur halt das genau außerdem konntest ja gerade noch mal einfahren in 100 ccm das hat dann sogar die perfekte mitte bei tapper 200 dann bei dem sohn 50 da und dann hast du hier jetzt die mittleren das heißt das ist schon immer bei karibu es bin egal also dann das ist doch schon perfekt ein perfekter kompromiss wobei ich neugierig bin wie kam tapfer auf die idee auf auf 200 ccm zu machen echt mal so gut ist halt egal jetzt kann ich sie habe immer weg da wo bombe und warum ist die redschirm haribo vorbeigeflogen 11 von nervig war heiß das war so gut ich weiß nicht ich habe schon überlegt wann werfe ich meine redschirm und dann sah ich diese blueshell und ich dachte mir so ach scheiß drauf die ist gleich da so geschenkt so schön und ich hörte pizza gibt mir pizza die wenn sogar haribo das sagt ne wenn sogar haribo das sagt ne ja dann müsste ich stehen bleiben ron ja sieht gut aus ne die sind normal ihr seid einfach nur schlecht ne da ist dein kleines ohne mann hey ich weiß nicht mal wer die frage gestellt hat ich hoffe es war niemand Ich habe einfach losgeredet, das tut mir leid, das ist Mario Kart, es ist ein Spiel, ich kann da nichts für. Genau, Harley, machen wir das mit. Na, Blushar, wer hat die Blushar geworfen? Leute, ich bin noch gerade am gewinnen. Hä, die könnt ihr ruhig behalten, brauche ich doch gar nicht. Ey, wir wirfen jetzt einen Red Shell, aber das weiß ich, einmal kurz gucken, Haribo, du gemeiner. Oh, wie gemein, woher haben die denn alle her? Ich hätte einfach, oh, das ist so gemein, das hat mich überrascht. No, da klaut er mir das Doppel-Item. Ja, jetzt muss ich Skill aufweisen, habe ich nicht. Oh, no, no, that's fell. Okay, das ist gut, dass du unfähig bist, weil sonst hätte ich da wahrscheinlich... Oh Gott, oh, das ist gut. Ich kann da nicht klippen. Klipp... Ach so. So, ja, bei Klipp habe ich immer direkt irgendwie, irgendwie Dingsi im Kopf. Das war so gut, ey. Oh, das ist so gut. Das war einfach geschenkt. Danke, Haribo. Danke, dass du mich gewinnen lassen hast. Ich hoffe, dass er freut dich jetzt nochmal. Bis nächste Woche Freitag. Das hoffe ich. Oh, finde ich so gut. Na, ich brauche kein Babypack. Ich kann auch so gewinnen. Oh, cool. Die ist schön, die ist schön. Ähm... Ja, einfach nur runterfahren. Geradeaus und irgendwann bist du unten. Ja, die ist doch ganz easy. Außer der Wald. Der Wald ist vielleicht ein bisschen gemein. Aber ich komme da gut durch und deswegen ist es mir egal. Auf, ja, auf! Auf, ja. Auf, ja, auf! A, lieber... Auf, ja. Ich glaube, du blust auf. Auf, ja, auf. Auch, auf! Oh, das war nach rechts. dachte ich mir das kann überzeugen sehr gut ja da bist du doch gar nicht im wald so eine schöne strecke die ist beautiful schöne schneelandschaft was weiß ich habe ich muss sagen ich kenne mich schon mal ist er nicht deswegen verstehe ich das nicht ist ja nicht formel 1 gut kam durch den wald durch ich beschwer mich jetzt nicht pikachu mag war ihr abfahrt stimmt was pikachu schuld ne fahre doch gar nicht mit was was ach lieferando hat geklingelt ich weiß was so sehe ich jetzt gerade erst pikachu hat gar nicht mehr ich habe nichts bestellt merke ich ziele geht es klappt und ich kann Chem�� sagen ich kann ich kann ich bin eigentlich kann haribo es mal Platz 1 sein, ne? Okay, schade. Ich dachte, Haribo wäre besser.